Hallo liebe Hundefreunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Die Rallypfoten waren wieder unterwegs. Wir waren am 4. und 5. Juni beim GHSV Bad Oeynhausen-Oberwechsen. Das Pfingstturnier ist dort immer richtig schön und wir fahren da schon seit einigen Jahren hin. Und auch dieses Jahr war es wieder so weit. Am Samstag hat Dara den Anfang gemacht und durfte in den Seniorenstart. Untertitelung des ZDF, 2020 Dara war sehr gut drauf und es hat super viel Spaß gemacht mit ihr. Im Star-Long habe ich sie jetzt einmal ein bisschen zu sehr motiviert, wie man merkt. Und sie ist dann ein bisschen zu freudig umhergehüpft. Das gab einmal Wuseln bzw. weit weg. Das waren zwei Punkte, überhaupt kein Problem. Hauptsache sie hat Spaß. Der Spaß hat sich etwas durchgezogen und so merkt man auch hier, die Handzeichen waren vielleicht nicht hundertprozentig eindeutig von mir. Ich habe sie immer noch ein bisschen sehr hoch gepusht gehabt und so hat sie dann halt einmal eine extra Runde gedreht. Das haben wir wiederholt. Überhaupt kein Problem. Ich bin so glücklich, dass Dara mit ihren fast 13 Jahren noch so viel Spaß im Parcours hat. Es ist einfach richtig schön, ihr dabei zuzugucken und das noch miterleben zu können. Am Mittag durfte dann auch Lilly starten, in der Klasse 3 natürlich. Lilly war schon deutlich besser drauf als in Bünde. Diesmal gab es ja auch vorher noch kein anderes Turnier. Und so sind wir voller Freude gestartet. Und direkt am Anfang gab es ein kleines Fauxpas. Denn wenn man genau hinguckt, sieht man, dass sie ihre Hinterbeine nachzieht. Sie steht zwar sehr schön, aber die Beine hinter Pfoten haben sich bewegt. Pro Pfote ein Punkt, bleiben insgesamt zwei Punkte, die abgezogen werden mussten. Das war jetzt richtig fies. Ich weiß nicht, ob sie eine Mücke gebissen hat. Irgendwas muss sie da gebissen haben. Sie hat sich wirklich da hinten richtig gebissen. Es muss extrem gejuckt haben. Das tat mir richtig leid. Ich habe dann auch kurz geguckt, ob da irgendwas ist, bevor ich wiederholt habe. Danach stand sie ja auch wie eine Eins und hat sich überhaupt nicht mehr bewegt. Also das war einfach echt doof gelaufen. Ich weiß nicht, ob es ist, 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 ob es ist. Ich weiß nicht, ob es ist, ob es ist, ob es ist. Ich weiß nicht, ob es ist, ob es ist. Das war auch schon alles, was wir hatten. Eine Wiederholung und einmal die zwei Pfötchen, die sich bewegt haben, bleiben 92 Punkte über und damit der dritte Platz. Richtig toll. Ich bin super stolz auf meine Maus. Am Sonntag ging es dann in die zweite Runde und wieder durfte Dara den Anfang machen. Wir hatten einen richtig schönen Lauf. Sie war natürlich schon etwas müde von Samstag, aber ist trotzdem toll mitgelaufen, hat ihre Übungen super gemacht und sie war trotzdem richtig gut dabei. Ich bin nochmal ein paar Mal ein paar Insonsider aus. Was ist das? Also was ich dauer få. Ich bin auch nicht zad conformat on. Man bout is. Aber bitte reparchen. Hier ging dann auf einmal eine Alarmanlage los und ich habe echt gedacht, das war's. Da war es eigentlich der größte Angsthase überhaupt und ist sofort weg. Aber sie blieb bei mir. Sie hat zwar geguckt, aber ließ sich überhaupt nicht großartig stören. Das hätte ich nie gedacht und ich war super glücklich. Das hätte ich nicht großartig. Wir konnten den Parcours dann richtig toll beenden und es blieben 100 Punkte. Einfach großartig und damit sogar am Ende auch noch der erste Platz. Ich bin vor Stolz fast geplatzt. Das war einfach unfassbar schön, vor allen Dingen noch auf Dara's alten Tage. Richtig toll! Mittags ging es dann auch für Lilly in die zweite Runde und wir sind richtig gut in den Parcours reingekommen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 Hier kommt jetzt gleich die doofe, doofe Stelle. Ich glaube, dass das viel meine Schuld ist. Ich hatte vor dieser Stelle echt Bammel und habe schon irgendwie damit gerechnet, dass da was schief geht. Diese Grundhaltung überträgt sich natürlich. Ja, und so kam dann eins zum anderen. Lilly hat vielleicht nicht richtig zugehört, ich habe die Kommandos nicht so richtig deutlich gesagt, hatte dann noch diese eh schon negative Grundeinstellung dieser Stelle gegenüber und dann mussten wir das Ganze wiederholen. Dann auch noch zwei Doppelkommandos, weil sie danach auch noch nicht so richtig dabei war. Ärgerlich, sieben Punkte nur für diese Stelle und das wahrscheinlich, weil ich einfach schon zu negativ eingestellt war. So ein Mist. Am Ende blieb es dabei und somit konnten wir 93 Punkte mitnehmen und den zweiten Platz. Richtig toll. Super stolz auf meine Maus. Ich arbeite jetzt an meiner Grundeinstellung, dass ich wieder positiv da reingehe und nicht irgendwelche Übungen verteufel, nur weil ich denke, dass sie ein Problem sein könnten. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt, die Renny-Pfoten sind unterwegs. Tschüss! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020